Online-Marketing ist aus der heutigen Kommunikation nicht mehr wegzudenken, nimmt Marketing-Mix einen immer wichtigen Teil in sechs SEO, Adwords, Social Media Marketing, das alles kombiniert mit Web-Analytics, um nur ein paar Kernkompetenzen der I&M zu nennen. Doch oftmals ist Online-Marketing nicht das alleinige Mittel für erfolgreiche Kampagnen, da gibt es noch andere wichtige und starke Komponenten. Damit eine Kampagne oder ein Event noch erfolgreicher gestaltet werden, ist der Einsatz von Print, idealerweise von personalisierten Print und WebTV unerlässlich. Diese zwei Komponenten, die Kernkompetenzen der Canon sind, in Kombination mit Online-Marketing und einer durchdachten Strategie, führen zu viel höheren Response-Raten und zu einem höheren Return-on-Investment. Lassen Sie sich von uns aufzeigen, wie man diese Komponenten miteinander verbindet und kommen Sie zu unserem Bed & Breakfast am Hauptbahnhof in Zürich. Ganz nach dem Motto unserer Erfolgsformel, Print plus Web plus Video, mal Strategie geht eine Return-on-Investment-Hochtein. und nochmal Nefon schicht, nach dem Motto 가자. Folgado vonmeternutzen sind für Autos.